Der Stoff, aus dem die Superhelden sind? Wenn ich aber nicht der Held bin, wenn ich der Böse bin. Ich weiß, was du bist. Dann sag es, ich will's hören. Ein Vampir. Hast du Angst? Nein. Zweifel, das gibt's doch gar nicht. In meiner Welt schon. Ich möchte gern mal was probieren. Ein Wachmann in der Fabrik wurde von irgendeinem Tier getötet. Einem Tier. In meiner Familie verhalten wir uns anders als die anderen. Was für den kleinen Hunger. Was, und jetzt ist keiner mehr hinter mir her? Er ist von der Jagd besessen. Er wird nie aufgeben. Ich würde lieber sterben, als dir fern zu bleiben. Ich werde das Notfällige tun, damit du wieder in Sicherheit bist. Du bist jetzt mein Leben. Ich werde das Notfällige tun, damit du wieder in eine Adresse, ist mein Leben. Und das ist der Bolden Estoy kbschönlich. Du bist jetzt kbschönlich.